Das ist Berg, mein Sohn. Es war das Zuhause deiner Großeltern und deren Großeltern davor. Dort draußen, hinter dem Ende der Welt, ist die Heimat der Drachen. Und ich glaube, es ist dein Schicksal eines Tages, diese geheime Welt zu finden. Du weißt aber schon, dass mein Bein kein Kaulknochen ist. Ah, das willst du? Ja, dann holst du ja! Und, äh, wie komm ich jetzt da runter? Hey, Kumpel, warte! Er ist gar nicht der Einzige. Ein zweiter Nachtschatten. Mehr so ein Weißschatten. Ein Tagschatten. Ja, dein Name klingt irgendwie besser. Es kommt eine Kriegsplotte mit genügend Käfigen für alle unsere Drachen. Das ist eine neue Art von Feind. Wir müssen die geheime Welt finden. Ich werde alles vernichten, was dir lieb ist. Ohne Zahn! Nein! Du bist nichts ohne deinen Drachen. Wenn Grimmel sein Ziel erreicht, gibt es bald keine Drachen mehr. Und es ist an uns, das zu verhindern. Und? Wie willst du das denn machen? Leg die Rüstung an! Wir haben nur einen Versuch. Du bringst ein Baby mit zur Schlacht? Ich hab keinen Zitter gefunden. Die geheime Welt, es gibt sie wirklich. Das ist ein wahrer König. Hast recht, Kumpel. Es wird Zeit. Wer kommt denn da? Kein Wort.